Eine Waffen-Modstation, aber ich kann nichts drauf installieren, weil ich keine Mods habe. Oder liegt hier einer rum? Wow, ultra leichte Materialien für Maschinenpistolen, weil ich Maschinenpistolen benutze. Hm. Also für die hier gibt es zwei Möglichkeiten, entweder man nimmt in den Schild irgendwie ab, oder man schießt durch den Briefschlitz. Möglichkeit 1. Oder so, genau, das geht auch. Wenn man sich stark noch zurückstößt. 2. O. 4. 5. 6. 6. 11. 10. 10. ja ich habe die aber noch gar nicht gespielt ich wollte schon sagen die hat doch ein bisschen was mehr singularität so überhaupt wäre vielleicht auch sinnvoll was war das denn gerade habt ihr es gesehen irgendwer schießt da draußen natürlich gibt es ja auch die dekontaminierung des todes strahlen die alles töten ich versuche lieber gar nicht erst raus zu werden das passiert ich die anfasse 30 jahre und ich finde das ein bisschen mager für 30 jahre das ist doch schon besser aus das ist die tram line takes us right to the archive no doubt server has lock down hopefully we can override it at the security station it's just through here ich würde ja noch sagen dass eigentlich ich die befehle gebe aber ich glaube technisch gesehen hat kai dann einen höheren rang als ich bitte wenn man nicht durch die deckung reingehen würde aber dass hier so ein riesiges turret einfach hängt ich weiß auch wenn das ist eigentlich eine forschungseinrichtung dann haben wir einfach einen raum mit so riesigen geschütz so liegt hier noch was so so set up a perimeter no one else comes across we still have teams on the other side no one and shut down those cameras looks like they've made it to the archives and i doubt they'll just send us a tram can you override the archives are on a separate network we're completely locked out not if we can find a short range communicator helmet to helmet and and we convince them that we're on their side tell them the alliance forces have been taken care of good idea see what you can find what the major has become very capable agreed commander i found something what have you got he's got a transmitter in his helmet if i can my god it looks like a ask yeah not quite but they've definitely done something to them and by they you mean Cerberus they did this to their own guy is this what they did to you how can you compare me to him shepherd i don't know what you are or who not since Cerberus rebuilt you for all i know you could be their puppet controlled by the elusive man himself that's not fair kid don't try to explain it i don't think i'd understand anyway i just want to know is the person that i followed to hell and back still in there somewhere they didn't change me cade but words won't convince you will they probably not i didn't think so you were always stubborn me come on let's see what Cerberus is up to maybe we'll both get some answers hello this is delta team anybody there where the hell have you been never mind what's your status we're at the tram station waiting for extraction all hospitals terminated roger that echo team will ride over and secure the station think they bought it if they didn't they'll figure it out soon enough we should get in position flight them when they get off the tram good thinking major i'm leicht über danke spiel ich bin leicht überrascht dass ach man stimmt ja q und i liegt es ja hier dass die nicht shepards stimme erkennen na gut ich kann es eigentlich auch nicht von normalen frontsoldaten erwarten ne aber trotzdem so klingt keiner von den sturmsoldaten hm Das war doch wohl Echo Team. Die sind ja sehr gut vorbereitet. Komm ich da rüber? Noch nicht, noch nicht. Aber sobald sie steht. Die sind gut vorbereitet. So, da. So, wird er durchkommen. Ach, die haben das schon extra runter gemacht für uns. Wie nett von ihnen. Da sollten wir uns aber bedanken. So. Also man hätte mit diesem Brief jetzt wenigstens noch Panzerglas oder sowas reinmachen können. Oder einfach einen Helm, der hat einen Sensor drauf und dann an den Helm koppeln. Okay. Shepard. What do you want? What I've always wanted. The data in these artifacts holds the key to solving the Reaper threat. I've seen your solution. Your people are turned into monsters. Hardly. They're being improved. Improved? That's what separates us, Shepard. Where you see a means to destroy, I see a way to control, to dominate and harness the Reaper's power. Sie sind wahnsinnig. Sie sind wahnsinnig. Sie sind wahnsinnig. The Reapers will kill us all if we don't stop fighting each other. I don't expect you to understand, Shepard, and I'm certainly not looking for your approval. You were a tool, an agent with a singular purpose, and despite our differences, you were relatively successful. But like the rest of the Rebels in this place, your time is over. Enough talk. Liara. Don't interfere with my plan, Shepard. I won't warn you again. Duly noted. Shepard. What? The data, it's not here. It's being erased. Goodbye, Shepard. Damn it. How's he doing it? It's local. Someone's uploading the information. Hey, step away from the console. Now. She's got the data. She's faster than she looks. Ja, und... Echt gut. Ja, ich muss es doch. Du kommst nicht weg. Das brauchst du gar nicht erst zu denken. Kaidan? Kriegst du das hin? Aua. James! 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 Cerberus has the data! Radio the Normandy. Get them down here now! Ich glätt's auch schon in sie rein. She's getting away. Dammit! James! Normandy! Anybody! I got this one! 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 Normandy's en route. They'll be here soon. I got this one! Wir brauchen die Daten. Kaden! Kaden! Let'im go! Orders? Dispose of him. Go! Grab that thing. Bring it with us. Shepard! We got Reefer signatures in orbit! Kaden! Kaden! So排ゼが新しく見え!! January forward ск schooling 4号 4号 5号 開始 WK 5号 2号 1号 2号 1号 Ich weiß. Die Citadel ist unsere beste Chance. Wir können Hilfe finden. Geh uns in die Citadel, Joker. Richtig. Halt an, Caden. Schau, was du und Edie von dieser Sache lernen können. Commander, ich bekomme ein Signal über die Sekundärer QEC. Ich glaube, es ist Admiral Hackett. Pass mich durch. Ich versuche es in die Telefonie. E.D., kannst du das machen? Ich mache mein Bestes. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da, Cerberus könnte etwas probieren. Hast du die Daten? Die meisten. Er hat ein bisschen downloadiert, bevor ich ihn kann. E.D. und Liara analysieren, was wir haben. Was? Was hast du gelernt? Was ist es wert? Preliminary evidence suggests die Daten ist eine Blueprint für ein Protheon-Device. Die Leute. Wie geht's? De... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020